Der Korridor da drüben! Los, wir nach! Hier lang! Schnell! Hier lang! Weiter vorn muss ein Ausgang sein! Hier rein! Schnell! Los da! Sie kommen von allen Seiten! Unsere Leute sind im Frachtraum! Das ist ihr Ende! Es gibt Ausgänge auf dem zweiten und dritten Deck! Findet sie und sprecht in den Fluss! Wo ist Simon und Josh? Ich weiß nicht, wir wurden getrennt! Sie kommen jetzt auch vom Oberdeck! Sie nehmen uns ins Kreuzfeuer! Wir müssen fliehen, Marcus! Wir können nichts mehr tun! Wir müssen Jericho sprengen! Wenn es untergeht, evakuieren sie und unser Volk kann fliehen! Das schaffst du niemals! Der Sprengstoff ist ganz unten im Frachtraum! Die Soldaten sind überall! Sie hat recht! Sie wissen, wer du bist und wollen dich holen! Komm! Geh und hilf den anderen! Ich komme später nach! Marcus! Es dauert nicht lang! Das ist das Ende von Jericho! Das ist das Ende von .. Es ist zu spät, Kara! Rette dich! Rette alles! Nein, wir lassen dich nicht hier zurück! Stimmt's, Kara? Das machen wir nicht! Was machst du? Ich lass dich nicht hier! Kara, nein! Keine Bewegung! Das hättest du nicht tun sollen. Du darfst Alice nicht gefährden. Geh jetzt, bevor sie zurückkommt. Was ist mit dir? Was willst du machen? Ich komm klar. Alice ist alles, was zählt. Ich will dich nicht verlassen, Loser. Keine Sorge. Wir treffen uns an der Grenze, okay? Geht jetzt. Passt gut auf euch auf. Sie stirbt da draußen, Kara. Mach auf! Mach die Tür auf! Keine Sorge, Kara! Ja, mir geht's gut. Wir können nicht hierbleiben. Da sind noch mehr. Folgt mir! Nein! Bitte tötet uns nicht! Tötet uns nicht! Wir haben nichts getan! Marcus, du hast uns gerettet. Weg hier! Schnell! Damat ihn aus! Pöndung! Komm! Achtung! Sie kommen! Nicht bewegen! Wir geben uns! Wir geben uns! Nicht schießen! Marcus! Wer ist es, Marcus? Weg hier! Zu den anderen! Ich bin jetzt! Jungs! Schnell, hier lang! Such noch, ich komme nach. Ein Ausgang. Geschafft, Alice. Stopp! Runter! Beweg dich, dich. Bitte töten mich nicht! Ich habe... Na los, wir verschwinden vor mir! Schnell, wir müssen weg! Geh zu den anderen! Geh zu den anderen! Geh zu den anderen! Ah! Die Bombe geht gleich hoch. Wir müssen hier weg. Es ist zu spät, Marcus. Wir können nichts mehr für Sie tun. Wir müssen weg. Da drüben! Los! Schnell! Schnell! Los! Sie haben Sprengstoff im Frachtraum gezündet. Das Schiff sinkt, Sir. Alle sollen evakuieren. An alle Einheiten! Sofort das Schiff verlassen und evakuieren! Es ist noch nicht vorbei. Schnell! 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 Vielen Dank. Vielen Dank.